Hallo, hier ist Sonja und wir spielen heute Heilenseek in Roblox und zwar sind wir kleine Männchen und wir sind in der Küche und wir verstecken uns und ich hab hier auf diesen Dingern, kann man hoch springen und ja. Ich bin auf der Map drauf, ich bin oben drauf, ich komm gar nicht mehr runter. Tops hat schon ein OP versteckt. Hey warte, kann man hier ganz hoch springen? Du kannst super hoch springen, guck mal da zum Beispiel wo Polinati ist. Könnten wir hinspringen. Wo bin ich denn? Wieso bin ich denn hier oben drauf? Ich versteh's nicht. Da, guck mal, wo ich grad bin. Warte, bist du da bei der anderen? Ja, ich seh schon. Ja, da komm ich leider nicht hin. Oh, okay, warte, jetzt bin ich. Oh nein, ich bin wieder bei dem Bär, bei dem Bär. Geh weg, da komm ich, das ist super. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin nur aus Versehen hingesprungen und ich wusste nicht, dass es da ist. Oh nein, ich werde jetzt erstes sterben. Tops, wie läuft's bei dir? Hast du mittlerweile... Ich bin hier oben. Ich komm nicht runter. Tops ist unsere Versicherung, dass wir das Spiel gewinnen. Oh nein. Also nach meinem Verständnis ist es so, dass du, wenn du jemanden findest, die anderen auch zu suchen machst. Ich bin aber nicht sicher, ob das stimmt. Was denn? Könnt ihr zahlen, wirklich? Ich bin jetzt runtergefallen, aber irgendwie... Okay, hier ist der Panda. Der Panda rennt auf uns zu. Das ist nicht gut. Der Panda soll aufhören. Der Panda ist schneller als ich. Ich bin runtergefallen und irgendwie spannend das Spiel. Ah, Leute. Wo seid ihr, wo seid ihr? Man kriegt... Ich bin hinter so einem großen Tisch. Man sieht, wie weit it quasi von einem weg ist unten links. Das ist ja voll praktisch. Also ihr seht's nicht, weil meine Facecam drüber ist. Aber technisch gesehen wird es da angeblendet, wie viele Blöcke der jetzt super weg ist. Okay, ich muss das Spiel neu starten. Nice. Tops, du kriegst das hin. Ja, irgendwie hat... Du wurdest jetzt gefunden, aber steht hier. Sicher? Steht der Zegeltopf los fahren. Bei mir bin ich runtergefallen, hat er übens zu fremdrehen. Zegeltopf has left the game. Oh mein Gott, ich lebe noch. Okay. Oh, bist du Flo? Unterm Tisch grad. Okay, ich komm zu dir. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Der ist aber übens. Wir machen den kaputt, wenn der kommt. Was will der denn tun? Und man kann irgendwo taunten. Ich bin ne Münze. Was kriegt man davon? Hast du getauntet? Ich seh dich. Ich seh dich auch, warte, ich komm zu dir. Open Shop. Du kannst hier Sachen kaufen. Taunts. Hast du taunts? Ne, das taunts in den Modes. Ja, ich weiß. Aber hier kannst du die Leute ärgern. Kannst du ihn unlocken, kannst du sagen. Normalerweise kriegt man dafür was, wenn man tauntet. Ganz ruhig. Bist du ganz hinten. Oh, er läuft her. Ja, aber er ist 200 Blöcke entfernt. Und er kommt direkt auf uns zu, oder? Er sieht dich, er sieht dich. Ja. Ronja, lauf. Ronja, lauf. Er kommt. Ich überlässt den jetzt weiter. Ronja, schrei. Los, mach den Ronja frei. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht. Er ist schneller als ich. Nein. Nein, 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 nein. Los, spring. Spill, spring. Mach zickzack. Ich bin so viel schneller als ich. Katharina. Guck mal, der ist nicht... Ja, mich hat nicht gecheckt. Der ist ein Panda. Er hat dich schon gecheckt, oder? Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Er checkt es nicht. Oh, doch, er hat dich gesehen. Er hat auch diesen Pinguin. Nein. Oh, nein. Was? Ich hoffe, dass ich... Es ist nüffig geworden. Es ist... Ja. Es sieht aus, wie wenn meine Katze über die Tastatur läuft und... Oh, Koi, Koi, Koi! Ich bin schon wieder auf dem Haus drauf. Tops, was zur Hölle? Er ist doch gut. Nee, also... Nicht eigentlich nicht. Tops, wie machst du das eigentlich? Hier ist aber nur eine zweite. Schintest du öfter ins Spiel, oder ist das mehr so ein Ding, was du neuerdings machst? Tops schummelt. Tops spielt nicht gut. Ich finde Ethans Schlafzimmer deutlich besser als... Ethans Schlafzimmer deutlich besser von Ethan als... Oh, hier ist ein Coin. Oh, das sind so Porties. Die Blöcke, die springen nicht hoch, sondern da musst du geportet von einem Block zum nächsten. Das finde ich cooler. Ja, gell. Und außerdem gibt es mehr Versteckmöglichkeiten. Und es ist nicht so dunkel. Und... Und... Es ist besser eingerichtet. Und Tops ist ein Hund. Und Tops ist schon wieder auf der Map. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich irgendwie... Ich ziehe solche Events automatisch an. Das ist aber... Ich weiß nicht wieso, aber... Was machst du falsch, Tops? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach ich. Ich bin einfach so wahrscheinlich... Wahrscheinlich bin ich einfach die Person, die immer so die ganzen... Ich bin falsch schaden? Loll, man kann hier in die Blume aber rein, das Buggy. Nice. Wo bist du, Ronja? Ich bin runtergehüpft. Oh nein, das ist Ed. Komm auf den Tisch in der Mitte drauf. Wie komme ich auf den Tisch in der Mitte drauf? Wo bist denn du? Ich bin unterm Tisch in der Mitte. Warte, da ist doch so eine Leiter, oder? Ich sehe dich, ich sehe dich. Über dir, über dir. Ja, okay, ich sehe dich. Komm hier auf die andere Seite. Okay, warte, aber da ist der Böse. Okay, dann versteck dich. Ja, wird schon, der wird mich schon nicht sehen. Der wird dir... Oh, warte, ich bin so drauf. Bin wieder runtergefallen. Ja, da komm hoch. Warte. Noch mal drauf. Warte, ich muss von der Seite drauf. Sonst komme ich... Schaffe ich den Sprung nicht. Ich schaffe den Sprung. Nee, 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 du musst einmal... Ach so, okay, alles kurz. Hier kannst du einfach reingehen. In die Pflanze? Oh. Warte. Oh. Okay. Ja, ich sag, das ist ein easy win, oder? Also, wir sind in der Pflanze, wir haben gewonnen. Der ist hier unten. Pass mal auf. Ja, was will er tun? Er will ja wohl nicht hier hochkommen. Er will wohl nicht die Pflanze reingehen. Er läuft dem nach hier. Ja, das ist nämlich dumm von ihm. Ich hab Angst, dass ich rausfalle. Dass ich einfach den Tisch runterstürze. Kann man auch in den Apfel rein? Nee, in den Apfel geht nicht. Ich hab ja in den Blumentopf schon... Vielleicht ist der Blumentopf aber auch so das normale Geheimnis und jeder kennt das. Und die ganzen Anfänger gehen immer in den Blumenkopf, weil sie denken, oh ja... Oh, du gehst oben drauf. Oh, lol, wie? Über das Papier. Oh, okay. Ja, aber der ist da unten. Der sieht uns gar nicht. Der hat gar keine... Gar keine Ahnung, was wir tun. Wir wachsen und gedeihen als Blume. Du bist auch noch so schön grün. Okay. Versteh's langsam nicht. Kamouflaut. Warum muss bei mir immer alles kaputt gehen? Ich kann nicht mal mit euch mitspielen, weil ich jedes Mal irgendwie nen Bug habe, der mich dann einfach... Das ist schade, weil Tops spielt von uns drei am liebsten Roblox, würd ich schon fast sagen, oder? Bestimmt das? Ach, Leute, leben doch. Nee, ich will überhaupt mal irgendwie was zustande bringen, aber das geht ja einfach nicht. Ich würd ja auch am liebsten mit euch mit irgendwie verstecken, aber irgendwie wilder ist das Spiel einfach nicht. Das ist schade, Tops. Lass mal hinter den Fernseher. Wirklich schade. Ja, ich komm mit, warte. Warte, warte, wie kommen wir dahinter? Ich spring jetzt einfach in meinen Tod. Das ist so ein Loch, wo du reinkommst. Oh, lol. Okay. Irgendwie ist die Fortbewegung sehr, man könnte fast sagen, langsam. Aber... Nee, das kommt dir nur zuvor. Meinst du? Ey, der ist gerade richtig weit weg. Oh, ja. Über 300 Blöcke ist der weg. Was ist das? Das ist Renan Ferrande. Oh, den hab ich letzte Runde gefunden. Nee. Er kommt gar nicht. Also doch, den hab ich irgendwann mal gefunden. Ah, nee, okay, lass' wir weiter. Lass' weiterziehen. Ja, wir sind nämlich keine blöden Leute, die an einem Spot kämpfen. Ich seh' ihn, ich seh'. Er glitzert, ja. Kann man die Leiter hoch? Das hab' ich mich eh schon gefragt. Die Leiter beim Bürostuhl, kann man da hoch? Ja, ja, ja. Aber der Typ checkt das nicht, also der Sucher. Der weiß, wie das geht. Okay, okay, das ist gut. Der steht hier nur rum, gell? Wenn wir das shoppen, ja, der ist voll der Langweiler. Vielleicht kauft ihr grad was im Shop. Oh, das kommt's ja auch. Lass' die Leiter hoch. Hauptsache, hier heißt es einfach, eine Seha stinkt. Ja, guck mal. Ich glaub, du bist nicht der Einzige, der stinkt. Guck mal, die kannst du doch anschreiben, kannst du sagen, hey, du stinkst auch, ich stink auch. Ja, aber du musst dich genau hinziehen. Oh, ja, aus. Oh, das ist voll einfach. Der Typ fällt immer runter. Wieso? Guck mal, wenn selbst ich das schaffe, first try. Ja, oder? Zum Laptop. Hier ist ein Headset. Oh, das war knapp. Meine Hörer, meine Hörer wieder runtergefallen. Lass' mir mal Musik hören. Ja. Oh, lady. Irgendwie hat der Typ einen ganz schönen Quadratschädel in dem das Headset passt. Hier, lass' auf YouTube gehen. Ja. Oh, man sieht, siehst du da auch Wolken? Guck mal, ich kann da hochklettern. Oh, ja. Schön. Oh, wir können hinterher den Laptop. Captain Underpants. Oh, nein. Game ended. Wir haben gewonnen. Okay, ich bin der Sucher, okay? Räume ist jetzt it. Ich bin ein guter Sucher. Ich freue mich, dass ich schneller bin. Oh, mein. Ich bin endlich mal in der Maptop. Ich bin eine Frau. Ja, ich war in der Test-Tron, in der wir gespielt haben. Dude. Aber jetzt bin ich, keine Ahnung, Barbara oder wie sie hieß. Barbara Streisand. Keine Ahnung. Ich bin eingefroren, aber bald. Kriegt man Fallschaden? Nee, ne. Nee, kriegst du nicht. Du kannst schaden. Bist du auf der Map, Tops? Ja, ich bin auf der Map. Oh, das ist schön zu hören. Ich würde sagen, wo Tops ist. So, ich bin da. Oh, mein Gott. Erst mal den Arfkala töten. Bam. Oh, man kriegt Credits. Aber ohne Ende als Sucher. Okay. Erst mal einen Blumentopf schauen. Hier ist keiner. Aber das ist natürlich nicht der. Klar, ich bin doch nicht im Blumentopf. Du bist nicht im Blumentopf. Das wusste ich natürlich. Ich cash jetzt hier erst mal ein bei der Kasse. Ich kann nicht sehen. Warte, warte, ich gebe dir einen Tipp. Ich kann nicht sehen. Okay, das ist ein guter Tipp. Toll. Tops, ich sehe dich nicht. Ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Ich sehe drücken Münzen. Wenn da Münzen sind, sind da keine Menschen. Das ist meine Schlussfolgerung. Aber ja, wo bist denn du? Ich bin auf der Kasse. Beim Roblox-Riegel. Ich sehe ein Radio. Der ist nah bei mir dran. Okay. Pass auf. Ich gehe jetzt hier erst mal runter. Wenn du meine Münze hier rennst, kann man mich runterdrücken. Was? Nix. Wo soll ich hier denn? Wo soll ich hier denn? Ich sehe euch nicht. Ich sehe niemanden. Du bist von einem Automaten. Oh, warte, das ist ein Automat. Okay. Nein. Ich bin unterwegs. Keine Sorge. Du kommst ja nicht dran. Das weißt du ja nicht. Ich bin vielleicht ein Naturtalent. In allem, was Jump'n'Run ist. Schlecht, Ronja. Schlecht. Tops. Schlecht. Ich habe mir zuzugucken. Geh in den anderen. Tobias. Ja, geh zum anderen. Pass auf. Ich sage. Oh, ich meine natürlich. Nein, Ronja. Geh nicht zum anderen. Oh nein. Warte, hier drinnen kann man viel hüpfen. Ah, du bist im richtigen, Ronja. Richtig, richtigen, Ronja. Du bist gar nicht so lustig, wie du denkst. Aber ich habe jetzt die Höchstbeferdung verstanden. Los, Ronja, probier doch nochmal auf den Automaten. Genau, spring da hin. Genau. Hoppala. Nein, Ronja. Falsche Automaten. Fail. Fail. Hallo, ich kriege das noch hin. Tobias. Was ist denn los, Ronja? Du musst dich so oft chargen. Ja, jetzt. Das ist höchst amüsant, dir zuzugucken, wie du es einfach nicht hältst. Die Leute quitten in das Spiel. Der ganze Chat. Ronja, willst du nicht nur mal die Leute suchen, anstatt die ganze Zeit nur auf der Hustelle zu hüpfen? So, ich bitte rennen. Nein. Ronja. Nein. Nein. Bitte bleib stehen. Bitte bleib stehen. Nein. 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 Ich bin runtergelaufen. Oh, du bist auch. Nein. Guck mal, guck mal, wo ich bin. Guck mal, wo ich bin. Guck mal, wo ich bin. Oh, okay. So, nächster. Einer nach dem nächsten. Habe ich sie hier. Wie kann man den da unten? Warte noch weiter rechts. Oh, da ist einer, da ist einer. Den schneide ich aber den Weg ab. Ah. Nein, die ist hochgepft. Die dumme. Wo ist die hin? Ich sehe sie nicht. Unten, unten, unten. Ich sehe, wo? Da unten ist niemand anderes. Ich habe mein neues Ziel erfasst. Oh, ich sehe, ich weiß, wo Tobs ist. Doch. Sei ruhig, Flo. Irgendwie ist das weird. Man muss die so richtig umtacklen. So, okay. Vier noch. Vier noch. Die eine. Wo bist du? Also, ich kann nicht sagen, zwei sind hinter einer großen Box, aber ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Okay, das ist natürlich schade. Ich glaube, da vorne. Schau mal, bei den Boxen, die sind so aus, glaube ich. Huch. Okay. Sorry, wo da war, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wo genau. Dosen. Nicht gut. Nein, ich habe keine Chance. Oh, da ist einer. Oh. Easy. Warte, habe ich die jetzt? Oh. Oh, loo. Flo. Ja, die ist ausnahm gebrochen. Hab ich nicht gesehen. Okay, 20 Sekunden. Tobias. Wo bist du? Alter, das ist unfair. Oh, da, 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 da. Was? Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Oh, ja, oh, ja. Hol ihn. Es ist unten drunter. Ja, habe ich gesehen. Warte, tops. Papier. Tobias. Es ist wieder auf der Wand. Oh, Flo. Hast du Petschen? Nein. Es ist hier ja aus, deswegen. Oh, sieben von zehn, hey. Die anderen waren viel schlechter. Okay, gut. Gut, das war es dann aber auch mit Heidenzig Extreme, wie der Name von diesem wunderbaren Spiel ist. Extrem. Okay. So, ich bin offensichtlich fantastischer Sucher. Nicht so guter Verstecker. Ah, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.